Nachdem ich Sex mit einem Mann hatte. Hallo zusammen, ich bin Luca Henni. Wir erwarten ein cooles Spiel. Es gibt Fragen und wir haben Henni nicht und Henni schon. Eva, ist gut. Ich würde sagen, ja. Noch nie habe ich mir eine Knochen gebrochen. Henni nicht! Das sind wir gleich, du bist aber doch sportlich. Ja, aber ich brich mir einfach nicht. Das ist der Vorteil, oder? Super. Aber ich habe verschiedene Narben. Wie man ja vielleicht sieht, die ist ähnlich bekannt. Die ist von einem Baseballschläger. Und dann bin ich auf den Kopf gefallen. Da habe ich eine Narbe. Aber zum Glück noch nie etwas gebrochen. Aber nie gebrochen, ja. So muss man es machen. Noch nie habe ich in der Öffentlichkeit in der Nase gebohrt. Das hat, glaube ich, jeder Mensch schon mal gemacht, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Super, wir sind endlich mal blöd dargestellt. Noch nie hatte ich einen Faustkampf. Hey, ich bin ja sehr soft. Wir haben ja in Zürich auch so eine Reithalle. Aber äh... Jetzt ist es nicht für Leute. Wir sind, glaube ich, nicht für das. Nein, also machen wir das auch nicht. Oder mit dem... Aua! Aua! Noch nie gab ich jemandem eine Ohrfeige. Die Frage ist immer, wie geht die Ohrfeige? Ist das einfach irgendwie so? Oder fest? Jetzt auch wieder... Aua! Aua! Dann müsste man jetzt so machen. Ich aber auch nicht. Ich habe wirklich nie irgendjemand geschlagen oder so. Ist Ohrfeige ein Schlag? Dann würde ich auch Nein sagen. Wenn es einfach... Wie hast du denn geschlagen? Ich habe gerade mal in der Schule früher ein Schulkollege geschlagen. Noch nie habe ich etwas gestohlen. Ich habe nicht geguckt. Das Kino, oder? Ja. Süssigkeit und weiss doch mehr was. Ich habe früher im Playmobil geklaut als Kino. Ja, im Laden. Wirklich mit grossen Jacken dann ein und so. Das kann man nachher auch nicht mehr verstehen. Man hätte es einfach fragen können. Aber ja. Noch nie blamierte ich mich in der Öffentlichkeit. Gar nicht. Ab und zu fragen. Wir rufen natürlich die Fotos und die Dinge. Und letztes Mal hat mein Pärchen zugekommen. Er hat gesagt, hm, kannst du das Foto machen? Es war einfach, ich glaube, kannst du das Foto machen? Und jetzt können wir das Foto machen. Ich habe automatisch schon das Handy genommen. Oder so. Aber ich habe es dann noch so gecheckt. Ich habe gesagt, scheisse, ich weiss das Foto von sich. Und dann habe ich direkt und habe das Foto gemacht. Das war echt unangenehm. Das war einfach nicht von mir. Noch nie spickte ich in der Schule. Irgendwie muss man ja weiterkommen. Irgendwie so. Eigentlich hätte man eine Wasserflasche dürfen. Und dann hast du so... Und dann auf die Etikette. Dann hast du es auch irgendwie auf den Händen. Ja, ja. Und unter dem Gummi, damit man wirklich genug Text hat, oder? Noch nie wurde ich mit Handschellen gefestet. Oh! Ohohohohohoh Hahahaha Nein, nein Warte, ich habe mich schon gelegen. Es ist zögerlich, das Keres. Ja, warte, warte, ich bin gelegen. Ich habe jetzt nur an die Polizei gedacht, und nicht anders. Aha. Noch nie hatte ich... Blöder dich, die Frage muss sein. Noch nie hatte ich Sex mit einem Mann. Aha! Dann sind wir ja beide gleich unterwegs. Ja, immer so. Super, hey! Das wär's gewesen. Ein paar Sachen haben wir gemacht, waren nicht. In dem Sinn, tschüss zusammen. Wunderbar.